Ja, Manns, gut von Get Out, oder? Tja, und Neuling hier, immer vor uns. Ja, sehr definiert, würde ich sagen. Leute, ich muss mich leider zu bitten, bitte zu gehen, weil ganz ehrlich, dein Outfit super. Aber ich mag mein Gesicht nicht. Ui, schöne Ansage. Ui, oh. Tja, harte Worte. Ja. Oh. 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 Nein, dein Partner. Oh, 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 oh. Hat sich überraschen lassen. Oh, das ist nicht gut. Also Pascal Spalter gegen den Neuling, Pete Bouncer. Ja. Und ja, bei uns dann direkt mit harten Worten vor Beginn. Ich weiß nicht, ob ich Spalter böse machen möchte. Ey, 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 ey. Schöner, 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 äh. Schulter Block. Ich bin grad sprachlos. Dafür bin ich da. Ja, du fieberst natürlich jetzt auch mit mit deinem Partner. Ja, ja, logisch. Ich zitter richtig mit. Aber ich weiß, er macht das Ding. Ich denk, man ist auch für Pascal, oder? Ah, ich... Natürlich. Ja, darf ich was anderes sagen? Nee, natürlich nicht. Ich bin natürlich für Pascal, ja. Ey, 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 ey. Oh, oh, oh. Aber gut gemacht von Bouncer, muss man sagen. Ja, ja. Ei. Der Bruder von Frank Bouncer übrigens. Der vielen vielleicht noch, äh... Ah, der frittischt. Ah. Von älteren Fränlis Eikantus. Ey, 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 ey. Ja. Guck mal, er gibt zurück, er gibt zurück. Und er bleibt stehen. Ja, ja. Und er bleibt stehen. Schuhl, treu. Ei, ei, ei. Schuhl, treu. Ha! Siehst du, wie rot ist denn? Schuhl, treu. Oh, Backe. Schuhl, treu. Schuhl, treu. Oh, guck mal! Guck mal, guck mal! Na, ne, noch... Reicht noch nicht. Da wechselt jetzt nicht die Kraft auch böse und fast falsch. Ja, ja, ja. Aber immerhin... Das ist... Das ist... Die ganze Zeit lang, er hat immer gegen gehalten. Er will unbedingt den Bodyslamm, oder? Diesmal? Ja. Post. Ich meine, er ist gefallen, kann man so sagen. Aber... Das ist alles, was zählt. Und dann hat er ihn hochgekriegt, ne? Ah. Ja. Egal. Ja, sowas muss mal sein. Gleich wieder die Rache, ne? Ja. Aber sowas muss mal sein. Ring-Richter, roll ich nicht noch aus, dann ist dein Set weg. Und wieder die Chops. Ey, guck mal hier. Ja, ja. Da kann man den Matchverlauf schon drauf erkennen, ne? Oh, ho, ho. Oh, Backe. Jetzt ruck dir die Brust an. Das hat sich zu Ende definiert, muss ich sagen. Sonst reicht man nicht. Kann man an der Stelle sagen, Bouncer hat noch nicht genug? Weißt du ja, soll er verlieben bleiben? Weiß ich nicht. Ich meine, er hat einen Spalter böse gemacht. Und kriegt dafür die Packung, ne? Oh, schöner Leckdruck. Leckdruck. Pin hinterher? Nein. Und so weiter können wir weitermachen. Nein, 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 nein. Oh, das ist ein Lieberhold. Wer hat er von mir, oder? Alles, was die Aufgabe erfüllt, ne? Ja. Er kann sich vielleicht ein bisschen erhöhen. Obwohl das nicht wirklich bräuchte, glaube ich, bisher. Wie bitte? Er kann sich natürlich gar nicht ein bisschen erholt. Ja, ja, klar. Und trotzdem ist er gegen den Gegner unter Kontrolle. Ja. Ah, Pin. Ja. Ja. 1. Ja, guck mal. Wir wollen Danger! Oh, scheiße! Wir wollen Danger! Wir wollen Danger! Da kann ja den Raff auch gar nichts für. Der ist bei uns dann direkt bei 1 aufgeschlagen. Wir wollen Danger! Boah! Schön, dass du flexst. Ja. Ja, da ist er. Das Klo. Das Klo-Deckel-Sitz hat er immer getauft. Schön in den Klo-Deckel-Sitz. Spalte! 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 Ja, ihr hört das. Mein Co-Kommentator hier. Er freut sich. Wow! Tja. Ich würde sagen, Deckel-Druck. Das war's. Na? Ich wollte sagen, Deckel-Druck, Raffe-Tot. Aber ihr hört es nicht. Ja. Aber Bouncer kommt raus. Auch hier vielleicht noch nicht genug. Ja. Und die Chance auf jeden Fall ist immer noch. Du weißt, wie zum Rest hier bist. Braucht 3 Sekunden. Lass Spalter irgendwo ein bisschen unaufmerksam sein. Spalter ist so souverän. Das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, schade. Ei, ei, ei. Ui. Oh! Fast ein Power-Slam. Ja, guck mal. Machen wir den Body-Slam? Diesmal sitzt. Diesmal sitzt er. Oh, 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 oh. Aber... Das sind schon mal ein paar Kilo, oder? Ja, das sind schon ein paar Kilo. Aber er schafft das, weißt du? Ja. Er hat die Kraft. Vielleicht macht der Spalter damit noch böser. Ich weiß es nicht. Oh! Psycho-Slam! Jo. Guck mal an! Der Kerl hat Kraft. Der Kerl hat Kraft. Oh, ich zitter ein bisschen mit, muss ich dir sagen. Ja, das kommt ganz automatisch wahrscheinlich, ne? Ja. Wir trainieren zusammen. Ja, klar. Wir wrestlen zusammen. Ihr seid doch ein sehr erfolgreiches Team in der GDS. Oh, aber weißt du, wie ich mich juckt, da reinzugehen, ey? Rein, Mann, Mann. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oi! Schön damit Splash. Und... Oha! Stark! Das Zelt steht! Ja. Noch. Ja. Ich hab ja schon gesagt, wir sind wahrscheinlich schon näher am Ostparkhof dran. Ja! Power-Slam! Das ist ein... Eins, zwei... Der Spyder-Slam! Jawohl! Pascal Spyder gewinnt! Der Spyder-Slam! 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 Let's go Smeidam, let's go Smeidam, yeah! Smeidam, let's go Smeidam, let's go Smeidam, let's go! Smeidam, let's go Smeidam!